In Skellhill, an der dritten Stelle, in 3rd Place, aus Österreich, aus der Steiermacht, Representing Ostia, Klaus Kröll! Auf Position Nr. 2, in 2nd Place, aus Österreich, auf 14, Representing Ostia, Rommel Baumann! Und zum fünchsten Mal in der Abfahrt, der Sieger von Gitzbill, First Winner, Gitzbill Champion 2012, for the fifth time! Der großartige, der unglaubliche, the gorgeous, incredible, Didier Kühl!